Geh mir nicht. Nein! Zeiger. Nein, nein, nein. Ja, wow, ganz viele Seelen, die nicht viel sind, weil die eigentlichen tollen Seelen schon weg sind, weil Arschgegner. Weil... Hier kann ich auch nichts machen, das ist nur der eine. Die eine, sorry. Kann ich... Ah, ich bin dämlich? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ha! Natürlich! Ist hier ein Feuer? Nein, ein Item. Oh! Alles klar, ganz ruhig da unten. Das ist alles, was hab ich dir getan. Moment, kann ich dann? Nein, hier kann ich nicht. Ich könnte... Könnte ich rüberhüpfen? Es ist schon sehr weit entfernt, ich glaube nicht. Hallo? Nein! Aua! Tschüss! Tschüss! Oh, limauli! Ich heil mich jetzt noch kurz so, auch wenn ich dann keine mehr hab, ja. Aber jetzt muss ich hier irgendwie durchkommen Oh ne, so viel Schaden zu nehmen Am besten Hallo Wollte ich hier doch Aber nicht so Fucking Er ist ein Problem Bitte roll 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 Easy Ich meine es kann ja sein, dass die jetzt die Dings hier angreifen Die Deppen Oh 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 nein, bitte nicht Oh nein, bitte nicht Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, tschüss Einfach weg Kein Bock Bitte sagt mir, dass oben der richtige Weg war Oh hi, oh hi, ihr lebt auch Oh da ist noch einer Oh, es explodiert alles, tschüssi Hier bin ich, tschüss Nicht rückwärts laufen Wie ein Depp Hi Nicht runterhauen, bitte Hallo Einfach nah dran sein Dann kann ich nicht runterfliegen Es müsste ja auch eigentlich nur reichen Nur zu blocken Und dafür zu sorgen, dass mein Ausdauer halt nicht am Arsch ist Ausdauer, 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 komm zurück Easy Hallo, 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 hallo Wäre nicht Easy Ausdauer, komm zurück Ah, da hat sich gedreht Einfach angreifen Holy shit Kommt ihr zu mir Habe ich Tolle Sachen Oh, oh hey Oh hu Hi Ha Schön Kommt da auch noch Hoffentlich nicht Kommt wann Okay er kommt Dann Änderung Plan Änderung oh fast verkackt holy shit nein was mache ich hier ist noch ein balken auch wenn er nicht viel bringt er ist da existiert ok der eine ich will dass der stirbt holy shit gruselig verpisst euch nein 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 nicht hinter mir ich will nicht dass die diese scheiß kombos machen was die die machen manchmal voll krassen kombos die arbeiten zusammen naja heinis der anderen sorry gott damit ist schon wieder weiblich ruinwächter und wächter eine wächterin eine mischung seit bestimmt zwillinge opfer zwillinge keine eilung mehr na gut ich sollte nicht unbedingt so hingehen dass die wand hinter mir ist oder ist etwas scheiße war scheiße hier ok die sind mal auseinandergegangen oh chill back es könnte gut sein ich habe einmal gerollt was ich habe auch nur einmal drauf gedrückt glaube ich auf jeden fall weiß wahrscheinlich nicht anscheinend bin ich nur gepanikt oder anders kann ich mir nicht drin ich habe angst vor drehen denke man kann verstehen warum man könnte sich nicht selber wehtun gegenseitig war nicht also meine prediktion ist ja wenn ich einen töte und dass das nur noch einer da ist dann bin ich gepumpt weil der andere dann super stark wird oder sowas kann mir gut vorstellen aua ihr pisser gegner warum trägt ihr euch nicht so was alles gut alles gut hört auf damit komm schon mach was alles gut soweit alles gut soweit lass mich in ruhe bin ich komm schon ich will mich heilen kann ich aber nicht ich habe keine heilung ich habe nicht mal lebensstand reingemacht ich hab alles bin es ist in sind wird h könnt ihr euch anders bewegen bitte ich will nicht dass ihr so das steht hallo ich krieg die ganze zeit schaden weil die ja auf mein schild drauf hauen fällt mir auf was doof ist ich weiß nicht mal ob ich dadurch sterben kann aber wenn ist es scheiße ich habe nicht mehr tschüss bist du hier super aku hä hä ooooh ok Okay Was war das? Alles gut Na, Rice, wie geht's? Mein Freund, der Risse Bist du der Ritzer oder was? Na, Ritze, mein Freund Was geht? Wollen wir heute Spaß haben? Oh, warum? Nein, bin ich Alles gut Irgendwie Alles gut Easy, ich hab gewonnen Oh fuck Alles einfach, war echt ziemlich easy What? Holy fuck Hier, das ist dunkel Warum ist das so dunkel? Kann ich mit dir spreiden? Spreiden, hab ich gesagt Holy shit Das ist wirklich Wow, ich bin ein Gott Und du auch Was? Is What the fuck Es gibt anscheinend um einiges mehr Verdeckte Teile Als ich dachte Holy shit Ist hier ein Feuer Ich will auch nur ein Feuer Ich will hier nicht sterben Oh, hi Oh nein Oh nein, da ist ein Gegner Weißt du, das ist das Spiel Du kannst mich mal kreuzweise Ich hab Lebenssteine Und ich werd sie auch benutzen Wie viele heilen die mich? Wahrscheinlich so gut wie ja Nichts Komm schon Ich sehe Oh shit Okay, okay, okay Hier sind eine Milliarde Äh Wenn das jetzt ne Mimik ist Hier sind eine Milliarde Wenn dir die nicht da sind Zielschild, was ist das? Blüten, wo ist, wo ist Zielschild Wahrscheinlich zum Parieren Hier war noch eine Hä? Das bringt mir gar nichts Hier ist eine Äh Ich bin etwas verwirrt Das ist voll krass Warum? Warum? Ich hab wieder was geredet Weil es so dunkel war Jetzt aber ganz schön rassistisch Von hier Schauen wir her Ja, ja Das schwer ist halt rassistisch Ja, ja Von wegen Du mich auch Ähm Jetzt bin ich verwirrt Ist hier denn ein Bonfire? Ne, ne Truhe Ha Krass Ort, hä? Stille Ja, danke Ähm Was ist Stille? Das hört sich ziemlich stark nach einem Zauber an Oder halt Pyramantie-Ding, was auch immer Wo sehe ich die denn? Hä? Kann ich die hier nirgends mal anschauen? Wo ist denn die hier drin? Oder in Waffen? Hä? Wo sehe ich meine Oh, es geht weiter nach rechts Große Zauberwaffe Yo, ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe Stille Was bist du? Fuck No, damn it Nochmal Stille X Ein Zauber, der heimliche Aktivitäten vereinfacht Verringert alle von Wirkaufursachten Geräusche Das ist super nice, glaube ich Ich weiß gar nicht, dass ich so viel Zauber-Shit habe Heilen, heilen Ha, Blitzspeer Der ist So was sollte ich benutzen Ich habe so viel nice und shit und ich verwende den gar nicht Hände brennen So, jetzt habe ich aber ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein Warte, war ich überhaupt in allen Orten schon? Ich glaube ja Also vor dem richtigen Weg habe ich ein bisschen Schiss Weil irgendwie scheint er ja nicht gleich ein Feuer zu sein Und da war irgendwie ein Gegner Und wenn ich jetzt sterbe, muss ich die ganzen Weg hier herlaufen Was eigentlich gar nicht mal so schlimm wäre, um ehrlich zu sein Weil den Boss muss ich ja nicht mal noch nicht nochmal bekämpfen Easy Heimat noch Oh Bitte sagt mir nicht, dass ich So zurück muss Hallo In einem von den Orten Du Hure Wo bist du? Heilige Scheiß, habe ich mich gerade erschreckt Ein Feuer Dankespiel Fuck, hat es mich erschreckt Goddammit Zauberinstimmungen Ich kann zwei Zauber mitnehmen Darum, darum habe ich Das Zeug nicht dabei Okay Das, warum hat Hier, da drin Der explodiert halt, ist weg Wie assi Man bekämpft Boss geht da hin Auf einmal Tot Okay Ich will hier Nein, ich will da nicht lang Ich will erst meine Sehne ausgeben Und dann gehe ich hier zurück Und dann beende ich erst mal die Feuer Dann kann ich einfach Pause machen Holy shit, ich habe es eine Menge aufgenommen Wo bin ich denn überhaupt gerade? Sehe ich das irgendwo? Die Bootenquartiere Hier Hier bin ich Okay Merken Mach, hola Ja Ah, da tut einem der Arsch vom Sitzen weh Ganz krass Schwarze Hexe Ich brauche Ich brauche ein Aufsteigzeug Shit Nice Was, ich meine Ich könnte ja rein theoretisch Wo steht wie viel Ist es hier drin? Ne, das war In Int glaube ich Wie viel Zauberzeug ich mitnehmen kann, oder? Ne Hä Slots Was erhöht die Slots Zauber Oh Drei Level Wie ich das hergeben Für den dritten Slot Könnte schon sehr nützlich sein Ich mache es einfach mal Hier Es gibt hier noch Anp Für geile Bewegung Warum nicht? Auch wenn ich mich wahrscheinlich Total verskill Anscheinend gibt es glaube ich Wenn ich Die Kommentare richtig gelesen habe Eine Möglichkeit Die ganzen Skillpunkte zurückzudingsen Was meines Problem sein wird Ich habe immer noch zu wenig Ausdauer Weil ich doof bin und kein Ausdauer Doch, warte, das ist eine Ausdauer Glaube ich So, was wollte ich jetzt sagen Genau Das will ich verbessern Bitte, bitte, bitte Lass mir doch etwas Zeit Du Arschkopf Du Richtig krass Die Leute hier Ähm Ich kann hier doch gleich aus dem Inventar benutzen, oder? Ich habe nur leider keine Ahnung Das sollte reichen Hier Ja geil Noch mehr große Titanscherben Hm Es ist jetzt bloß vier Nicht schlecht Wo ist mein Streitgold? Du Hier Normale Titanscherben Könnte ich eigentlich sogar noch mal verbessern 156 Der ist halt scheiße langsam Ja, ich scheiße erst mal drauf Irgendwann kann ich das auch noch verbessern Aber es ist eh unwichtig erst mal Ich würde sagen Ich gehe kurz Ich reiße kurz noch Hier hin Und dann können wir von da aus mal das nächste Mal weiterschauen Aber ich Bin jetzt erst mal fertig mit Dies Aufnahmesession Die Verlorene der Festung Und mit fertig meine ich Ich bin noch ein bisschen neugierig Und schaue, was sich hinter dieser Tür verbirgt Nur Interesse halber Weil vielleicht sind wir hier eigentlich schon fertig Das ist glaube ich nur ein Shortcut, oder? Ähm Vielleicht Ähm Wirklich? Hallo Tschüss Der existiert Hiya Oh Wirklich? Du verarschst mich, Spiel Dämmt Das Spiel verarscht mich Ich kann es riechen Krass Das war kein Explosionsshit Oh geil Festungsschlüssel Also ich kann mir schon denken, wo das hier hinführt alles Oder auch nicht Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht, weil Dass es noch irgendwo ein Drache gibt Ist kein Drache What the fuck ist das? Ich, ich, nein Ich werde jetzt die Folge Tschüss Schön, schön Der Ort existiert Toller Ort Ganz schöner Ort Das war kein Drache Das war ein kleines fliegendes Kacktal Das Ja Das war doch War das nicht normale Gegner sogar Aus Dark Souls 1 In Anolondo Egal Die ist ein bisschen nervig Wenn es ist die sind, die ich meine Ich Gegenstandskiste Aber ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal die Folge Holy shit Nicht vergessen Discord in der Beschreibung Voll sexy Und Achso ja Goddammit Was ist hier Goddammit Schwer Okay Große Keule Au Pisser Jetzt sterbe ich hier Nicht so schlimm Na Wie geht's Ich soll dich ja lernen Ein bisschen zu parieren Ja So Ey Ich kann dich nicht Finischen Wie fies Kann wahrscheinlich schon, aber Ich hab's verkackt Ganz ruhig Scheiße Was macht der Nein Nicht sowas Stopp Stopp Du Arsch Das war Fluch Glaube ich Was ein Arschkopf Was fällt dir ein Holy shit Bisschen mehr in die Richtung Bitte Oh Es leuchtet Hab ich Angst Was hat der Eichenschild Der Drecksack Ich mein zum Angreifen Ja gut Warum nicht Ah Das ist die beste Verteidigung Hey Ist eine Truhe Bitte nicht die Truhe kaputt Schlagen Du Arsch Oh Was war das Jetzt auf einmal Warum hast du auf einmal So einen geilen Finisher Du Bitch Du Natürlich Jetzt kommt ein dritter Angriff aus Das machen wir das nächste Mal Warum kommt jetzt ein dritter Angriff raus Scheiße Okay Nicht vergessen Discord in der Beschreibung God damn it Und natürlich Ja Likey likey Und abo abo wenn du wollt Bla 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 Das YouTube Zeug Die Geräte La bla bla Yo Keine Ahnung God damn it Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao 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 Ciao